so wir springen an dieser stelle mal ins geschehen und zwar musste ich ganz von vorne anfangen ohne capture card obs geschichte das möchte ich euch jetzt nicht mit langweilen und es gab ein paar änderungen und zwar habe ich diesmal mein alibi erwähnt bei der einsache habe ich alle sachen gefunden also habe ich die falle gefunden aber das hatte keinen wirklichen einfluss hier gerade habe ich wieder mal also habe ich drei sachen gefunden das eine habe ich nur eine sache gefunden hat sich nichts geändert unser partner ist jetzt allerdings nicht mehr der asiatische herr sondern der der vorher unser chef war unser jetziger chef ist irgendein anderer dud ansonsten hat sich nichts verändert und auch die chefe unterscheiden sich vielleicht ein bisschen in der rede wendung redeweise wie auch immer aber sagen an sich auch das gleiche also ihr habt an sich nichts verpasst deswegen springen wir jetzt hier wieder rein um zu sagen mord ist mord mord ist mord das war keine notwehr ist ansichtssache es gibt ihm nicht das recht zu töten so kam adam dann also nach las palmas vom regen in die traufe gekommen was sie würden nicht glauben was sie dort mit uns gemacht haben um menschen und dieser wichser von pfleger und wir haben versucht uns so zu wehren wie man es tun sollte wir riefen die kopf dritte destreckt und niemand hat irgendwas unternommen nicht mal die sozialarbeiterin und als adam aus dem heil noch raus war dachte er sich selbst was aus um sie alle betreuen zu lassen diese kopf erkannte die schichten er hat jeden mord minus sie ist geplant er wusste genau wie alarmiert werden und was denjenigen dann erwarten würde kopf versagten eltern versagten system versagten was würden sie tun wir beseitigten die die uns weht hatten so und an der stelle dachte ich mir jetzt er wollte ja frei nachdem er davon erfahren hat dass noch jemand getötet wurde und er sagte endlich erinnert ihr euch deswegen würde ich mich diesmal umentscheiden bzw wir wählen einfach ich würde mich jetzt umentscheiden ja jetzt wo ich nachgedacht habe aber wir wählen einfach den weg den wir auch vorher hatten ja wir werden da nicht von abweichen aber wie gesagt das war nur meine überlegung weil jetzt achtet mal auf seine reaktion das stimmt vielleicht nicht rominski war nicht sein letztes opfer was detective calvary wurde gerade ermordet sehr ähnlich wie die anderen trapper morde das war ziemlich knapp mein gott was nichts ich er war wohl noch nicht fertig er wäre es eigentlich auch besser sagen zu sagen zeit zu gehen weil wie man gerade an ihm gesehen hat er hat sich doch darüber gefreut dass sein kumpel diesen mord begangen hat damit er vielleicht raus kann jetzt will er raus von uns ich meine jetzt so durchdacht ist das alles keine gute idee aber ich halte mich an meinen instinkt den weg den ich zuerst gehen wollte wenn er mir jetzt schwachsinnig erscheint aber vielleicht habe ich doch in menschen vertraut aber ohne beweise dass er noch unter uns weilt ich kann es beweisen können sie nicht das stimmt so kann ich das nicht geht's noch also solange ich an der leine hänge wird er sich nicht zeigen aber alleine kann ich ihn rauslocken und auf dem silbertablett servieren selbst wenn das stimmt richter vanstone würde sich niemals darauf einlassen wenn er jetzt wieder morde begeht wird er nicht aufhören bis er gefasst wird oder erreicht hat was er will hoffen wir es wird ersteres dann lassen sie mich helfen warum das das ist buße es gibt da etwas das ich ihnen noch nicht gesagt habe oh bitte erleuchten sie mich adam sagte damals zu mir wenn ich jemals irgendwie freikommen sollte dann würde er sich melden umgehend ist das so wir könnten so tun als hätte ich sie überwältigt niemand müsste es erfahren ich kann kaum glauben dass sie so etwas überhaupt vorschlagen doch können sie sie wissen dass sie ihn sonst niemals kriegen hören sie ich bin kräftiger als sie passt auch sehr gut wir lassen es echt aussehen häftling 75422 soll umgehend wieder in gewahrsam genommen werden hier ist officer 732 anfrage erhalten bitte warten sie auf eine bestätigung wie würden sie ihn finden ich habe ein paar beziehungen ich kann ihn finden sie müssen mich nur lassen Jetzt haben wir uns dazu entschieden. Obwohl uns das vielleicht wieder verdächtig macht oder auch ein schlechtes Licht auf sie wirft, auf sie hier. Aber naja, wir versuchen es einfach mal. Der berüchtigte Serienkiller, der als Trapper bekannt ist, ist nur wenige Tage bevor er für seine Taten büßen sollte aus dem Gefängnis entkommen. Jonathan Finn war während seiner Schreckensherrschaft vor fünf Jahren verantwortlich für die Tode mehrerer Polizeieinsatzkräfte. Die Behörden warnen, dass Finn sehr gefährlich ist und mögliche Sichtungen umgehend gemeldet werden sollten. Okay, ich will wissen, was passiert ist und zwar jetzt gleich. Tut mir leid. Ich hätte nicht mit ihm allein sein sollen. Er hat mich überwältigt. Ich hab's versaut. Das ist ein riesen Schlamassel. Aber wir müssen uns konzentrieren und wir bringen diesen Mistkerl wieder hinter Gitter. Tom, wie sieht's aus? Die US Marshals beginnen gerade mit der Fahndung. Okay, helfen Sie ihnen. Egal, was Sie brauchen. Becky, bis wir etwas Luft haben, brauche ich Sie an den Fallakten. Okay, ich setz mich gleich dran. Also. Was ist los mit Ihrer Partnerin? Irgendwas stimmt hier nicht. Ich weiß nicht, was es ist, aber... Passen Sie auf. Ja, mach ich. Ja, wir wären schon ein bisschen verdächtig, dabei ist ja auch klar. Schließlich haben wir den Trapper in Anführungszeichen gekommen lassen. Wenn er der Trapper ist. Eine Stunde seit Fins Flucht. So, und an der Stelle habe ich bemerkt, dass ich nicht mehr aufnehme. Beziehungsweise, dass ich nicht aufnehme. Ja. Und ich hatte Pfleger von Las Palmas gewählt. Pfleger in Las Palmas. Wurde immer wieder kurz im dritten Distrikt eingebuchtet, war aber dafür berühmt und berüchtigt, längeren Haftstrafen stets zu entgehen. Scheint so, als hätte er gute Beziehungen nach oben. Wenn Cops aus Distrikt 3 die Ziele des Trappers waren, dann verbindet er beides. Sein Bruder Vernalimay arbeitet hier bei der Abfallentsorgung. Ich starte ihm einen Besuch ab. Ja und wir hatten 6 Minuten quasi von altem Material. Deswegen werden wir die Folge mindestens 26 Minuten laufen lassen. Nur damit ihr quasi euren Stoff bekommt, ja. Zwei Stunden seit Fins Flucht. Was war das denn? 4609, verfolgeverdächtigend. Erste Fuß weg. Ja, achso. Alter. Ich dachte nur ein iPad hätte oder so. Das ist furchtbar, mein Handy. Ich hätte das echt lieber mit dem Gamepad gemacht, mit dem Stick oder so. So, bin ich nicht der große Fan von, muss ich gestehen. Hey, ich will nur reden. Bitte. Sie haben keinen Ärger. Ich will nur reden. Nein, danke, Schwester. Bin ich blöd. Und... Weg damit. Jetzt. Na, klasse. Das habe ich mir wieder toll hingekriegt. Starke Leistung, Sori. Mua, verdammt. Hoppla. Hoppla. Da ist wo einer vom Dach gefallen. Hey. Alles klar? Ja, ich... Ja. Was ist passiert? Oh Gott. Ich weiß auch nicht. Es lief alles schief, Mann. Er ist einfach da raufgegangen. Du solltest ihm nur ein paar Fragen stellen. Keine Ahnung, vielleicht war er lebensmüde. Ich weiß es doch auch nicht. Ganz langsam. Tom, das ist nicht meine Schuld. Okay. Ich will es ja nur verstehen. Er fiel... Das war's. Das ist passiert. Sag mir, wie es passiert ist. Meinst du, ich hatte eine Wahl? Ich habe ihn ja nicht geschubst. Und was? Er war bewaffnet, Tom. Okay. Was für eine Scheiße. Scheißdreck. Okay. Ja. Vielleicht sollten wir uns einfach einen Kaffee holen. Durchatmen. Ja, von mir aus. Ah, sie steht so im schlechten Licht. Fünf Stunden seit Fins Flucht. Aber ich hoffe, Fins möchte wirklich Buße tun, dass wir da keinen Mist gemacht haben. Wie gesagt, jetzt bin ich skeptisch, aber zu dem Zeitpunkt dachte ich mir, es ist eine gute Idee. Sagt, wie man soll aufs Bauchgefühl hören, ne? Oh nein. Ich bin erneut an dem Tatort, an dem Detective Jack Calvary verstarb. Ich sehe mir zuerst das Schlafzimmer näher an. Es ist kein riesiges Zimmer. Aber man kann ja nie wissen, ob das Forensik-Team was übersehen hat. Oh nein. Ähm, Bett, Munition, Kamera. Kamera. Neben. Kamera war hier runtergefallen, ne? Ist das die hier unten? Neben. Neben. Was? Hier sind die Patronen? Neben. Neben. Ah. Blut überall. Die Spuren gehen nach außen, auf dem Kopfteil von dem Ausgangspunkt der Explosion. Forensiker haben bestätigt, dass die Kugeln aus der Waffe von Calvary kamen. Aber warum? Hey. Was ist denn das? So ein Mist. Geht doch. Was ist denn das? Okay, ne, das... Okay, wie ist das? Oh mein Gott, wie in dem Waisenhaus, wow, tja, unwahrscheinliche Worte, aber zum Glück war Carrie so ein perverses Stück Scheiße, das ist krass. Das entlastet uns zumindest, das ist Beweismaterial, dass wir ihn nicht getötet haben. Gut. Was ist die Frau jetzt? Eine Komplizen also. Okay, damit ist Teil 2 beendet. Tippt in das Feld, wenn es weitergehen kann. Machen wir, machen wir. Kann weitergehen. Noch so 10 Minuten. Felicity überredete Richter Vanstone dazu, Finn in den Polizei gewahnsam zu lassen. Finn brachte Becky zu dem Haus, in dem Adam Jones großgezogen wurde. Becky störte eine versteckte Kamera am Tatort. Die Kamera enthielt geheime Aufnahmen zu Calvary's Mord. Vernon stürzte vom Dach des Parkhauses in den Tod. Begys Ermittlungen bezüglich LeMay endeten in einer Sackgasse. Verdammt. Becky konnte ihren Verfolger gut sehen. Becky half Finn bei der Flucht, damit er Adam finden konnte. Das werden wir bestimmt bereuen. Becky erzählte Finn, dass Calvary ermordet und präpariert wurde. Das war bestimmt der Fehler an der Sache. Das hätte er bestimmt gar nicht freigelassen werden wollen. Denke ich. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Jetzt kommt Teil 3 von Hidden Agenda. Hidden Agenda. Tempel Bar 20.45 Uhr. Und zwar ganze 6 Stunden seit Finns Flucht. Bar and Griddle. Der Typ aus dem Video? Mit dem Pulli? Den habe ich vorhin verfolgt. Sicher? Ziemlich. Okay, also. Das Korgel. Sie arbeitet mit dem Trapper. Warum? Sie lockt sie an und tötet sie und er stellt dann die Falle? Verrückt, aber könnte sein. Wo ist das Korgel hin? Das Korgel hin. Eins ist mir nicht ganz klar. Wo ist das Korgel hin? Sie geht ins Bad und der Typ mit Kapuze kommt wieder raus. Danke. Und Calvary wurde von einem Korgel getötet. Oder jemand, der sich so anzieht. Vielleicht hat Finn recht. Und Adam Jones steckt wirklich hinter all dem. Vielleicht macht er Finn deshalb dicht, als er von Calvary's Tod hörte. Weil er wusste, dass Adam sein Versprechen, ihn aus dem Knast zu holen, jetzt endlich wahr macht. Wissen Sie was? Es ist ziemlich spät. Ja. Ich sage, schlafen Sie drüber. Und gehen damit morgen früh zum Sergeant. Klingt gut. Bis dann. Hättest du ihn mal lieber nicht gehen lassen. Also ich. Also wir. Mitgehangen, mitgefangen. Ihr wisst, wie das ist. Irgendwas passiert mit dem Handy. Alter. Ach komm. Ach komm, das ist doch Bullshit. Ehrlich. Wenn man nicht damit rechnet, ja? Und mit diesem scheiß Touch-Handy-Klang. Ich konnte mich gerade in dieser kurzen Sekunde einen Millimeter fortbewegen. Es ist nicht machbar. Es ist nicht machbar. Hey Lana. Check deine Mails. Jetzt. Was? Oh. Egal wer das weiß, sprich dafür, dass Marnie Calvary umgebracht hat. Und nicht nur Calvary. Hör die Aufnahme an. Unglaublich, wie diese blöde Marnie ihr Maul aufreißt. Wir müssen aufpassen, sonst lässt sie die ganze Operation platzen. Was sagt sie? Sie hat mich bedroht. Uns. Uns alle. Sie ist außer Kontrolle. Jemand hatte das jahrelang in seinem Besitz. Hast du die Stimmen erkannt? Nein. Sollte ich? Es wurde bestätigt. Es sind zwei der Officer, die der Trapper getötet hat. Ja, Marnie war komisch. Und ja, sie hat ein Motiv. Aber? Sie hatte nicht die Gelegenheit. Woher weißt du das? Sie war bei mir in der Nacht, als Calvary starb. Ah. Also wenn sie es war, war es ein echt guter Trick. Das ärgert mich, Mann. Das finde ich scheiße vom Spiel, ja. Das finde ich echt scheiße. Wenn du einfach keine Chance hast, es zu schaffen. Ja, mimihe ich jetzt mal ein bisschen rum, ja. Das finde ich nicht okay, ja. Mit dem Stick hätte ich das in der kurzen Zeit locker noch geschafft, ja. Aber mit dem Handy, das erstmal so richtig in der Hand zu kriegen, dann mit den Krüppelfingern da hoch zu kommen, wo sich das immer nur ein Millimeter bewegt. Ärgerlich. Haki Marnie, Elliot Hotel. Acht Stunden seit Finns Flucht. Das sind aber nicht ihre Klamotten, oder? Was? Was ist zum Teufel? Oh Gott! Richter Van Stone? Oh, fuck! Oh mein Gott! Oh Gott! Was hat sie mit mir gemacht? Was hat sie mich reingesteckt, verdammt? Ah, Richter Van Stone und ich haben... Was ist denn? Der Trapper! Er hat sie präpariert! Was? Nein! 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 Es ist wahrscheinlich ein Sprengkörper! Scheiße! Ich muss da aufdenken! Ah Gott! Was macht der Kopfdetektiv Marnie? Sie suchen nach ihm. Sie wissen alles. Dass sie alle getötet haben. Es gibt keinen Kampen. Sie sind der Trapper, Becky. Wer sind sie? Wieso tun sie das? Sie könnten lebendig daraus kommen, wenn sie das irgendwie tröstet. Aber sie müssen sehr aufmerksam zu werden. Wie Sie sehen, befindet sich ein kleiner Pulsmesser an Richter Van Stones' Arm. Er ist synchronisiert mit einem Handy, das ich chirurgisch in seinen Magen implantiert habe. Das Handy ist nur der Timer. Aber jeder seiner Herzschläge zieht eine Sekunde ab. Je schneller sein Herz schlägt, desto schneller die Uhr. Möchten Sie einen Tipp abgeben, was passiert, wenn der Timer die Null erreicht? Wie im Oma. Für alles und jeden in einem 30 Meter Radius etwa. Was höchstwahrscheinlich all die Polizisten mit einschließt, die in diesem Moment kommen, um sie zu verhalten. Wieso tun sie das? Was haben sie vor? Das verrate ich ganz sicher nicht einem zweitklassigen Cop. Manchmal ist Töten die einzige Option. Was? Sie kann weglaufen, aber ich kann nicht versprechen, dass ich den Ballon nicht etwas früher platzen lasse. Und da drin ist genug Sprengstoff, um das ganze Stockwerk platt zu machen. Großer Gott! Ihre Waffe liegt nicht ohne Grund noch dort. Stopp sein Herz. Stopp der Timer. Das kann nicht ihr Ernst sein. Das kann sein, was immer ich will. Sie können leben oder sie können sterben. Es liegt bei Ihnen. Und die Uhr teht. Das ist ein Thor, oder was? Das ist eine furchtbare Entscheidung. Was hat er gesagt? Können Sie mich hier rausholen? Ich bleibe, Mann. Komm. Was hat er gesagt? Können Sie mich hier rausholen? Bitte! Erschrecklich leid. Scheiße. Nein, 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 bitte, bitte nicht. Sie ist kein Mörder, nein. Ich schieße nicht. Fuck. Kann ich. Ich kann nicht. Kann ich. Oh Gott. Oh Gott. Danke. Danke. Sie müssen noch ganz ruhig bleiben, okay? Sehr, sehr, sehr ruhig. Was? Verstanden. Warum? Was ist los? Oh Gott. Wieso in aller Welt? Bitte, bitte, bitte. Bleiben Sie ruhig. Ganz ruhig. Ich, ich. Scheiße. Oh, scheiße. Wenn der Teimer abläuft, sind wir beide tot. Wie viel Zeit? Wie viel Zeit? Wir haben noch jede Menge Zeit. Okay, also. Lassen wir es dabei. Bleiben Sie ruhig. Dann finden wir einen Weg. Wenn Sie das Handy rausholen, kann es mir nichts tun, oder? Sie müssen es rausholen. Ja, let's go. Wir versuchen es. Nein, bitte. Ich halte es nicht raus. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Lebt er noch? Ja? Nein. Ist tot, oder? Was verdammte Scheiße? Das hat ja dann gar nichts gebracht. Er ist eh tot. Ich werde nie noch erschießen können. Fünf Anrufe in Abwiesenheit. Kontakte. Felicity Graves. Becky. Wo sind Sie? Wir müssen reden. Ich werde reingelegt. Ich wurde betäubt. Ich bin im Elliot Hotel aufgewacht. Richter Vanstone. Wurde präpariert vom Trapper. Wow. Becky, bleiben Sie dort, okay? Gehen Sie nicht da raus. Bleiben Sie drin. Okay. Bleiben Sie drin. Bombenräumung. Was auch immer jetzt passiert, sehen wir in der nächsten Folge von Hidden Agenda. Bis dahin, euer Sodinix. Ciao.